Ja, diese Taverne ist nur Mief, drum sägt der Bade hier nur Mief. Wie könnt ihr nur, wie könnt ihr nur die andere Taverne nicht machen? Nein, 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 ich geh jetzt, hier stinkts. In der Tat, dies war gar scheiße. Wir gehen wieder in die andere Kneipe. Der wollte gar nicht bei uns spielen. Verzeiht, ich möchte nicht stören, aber jener Mann dort wird euch jetzt erklären, warum es ihm nicht gelang, schöne Melodien zu spielen in eurer Taverne. Sprecht. Ja, aber woher soll ich das denn wissen? Es ist einfach so, ich betrete dieses Etablissement und von jetzt auf gleich ist es vorbei. Meint ihr, es handelt sich dabei um einen Fluch? Ein Fluch in meiner Taverne? Ja, wahrscheinlich ist sie verflucht, ja. Ich kann's nicht, ich weiß nicht wieso. Ich bin normal, der, der, der König weiß Bescheid, eigentlich kann ich überall singen. Könntet ihr hier ein Lied singen, auf diesem Rasen hier? Ja, aber selbstverständlich. Oh ja, ich würde es wirklich so gerne einmal hören. Soll ich jetzt, König? Ja, natürlich. Tschüssi! Tschüssi! Oh Frau Taunwald, ihr müsst nicht vor mir knien Dass eure Taverne meine Stimme nicht verschont, das soll ich hier verziehen Nein, nein, steht auf, für euch singe ich doch gern Auch wenn eure vier Wände mir das Musizieren erschweren Oh Herr Higgenspor, eure Sänge sind wie Licht In meiner Dämonen verfluchten Taverne klangen Töne nicht Ich steh nun auf, flüstere leise in das Turm In diesen vier Wänden kam dieser Fluch uns zuvor Oh Frau Taunwald, ihr müsst nicht vor mir knien Dass eure Taverne meine Stimme nicht verschont, das soll ich hier verziehen Nein, nein, steht auf, für euch singe ich doch gern Auch wenn eure vier Wände mir das Musizieren erschweren Oh Herr Higgenspor, eure Sänge sind wie Licht In meiner Dämonen verfluchten Taverne klangen Töne nicht Ich steh nun auf, flüstere leise in das Turm In diesen vier Wänden kam dieser Fluch uns zuvor Wundervoll Das war wunderschön Ja, 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 hier funktioniert's wieder Hier funktioniert's irgendwie wieder Ja, 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 ja